Meine sehr geehrten Damen und Herren, denken Sie auch daran, wie das in anderen Bereichen ist, nämlich mit der Diskriminierung. Ich habe ja gesagt, eine Apartheid. Diejenigen, die sich testen lassen, sind die Guten, denen alles offen steht. Und diejenigen, die sich diesem Test verweigern, das sind diejenigen, die dann gebranntmarkt werden. Die sind dann auch relativ leicht zu erkennen. Das sind dann diejenigen, die in der Öffentlichkeit eine FFP2-Maske tragen. Sieht dann gleich jeder, das ist einer der bösen Massentestsverweigerer. Das ist offensichtlich auch der Plan der Bundesregierung. Aber denken Sie einmal an die Diskriminierung im Zusammenhang mit anderen Bereichen, wo wir ja ganz genau wissen, dass das Aussperren einer Person aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Volkszugehörigkeit, Religion oder Behinderung unzulässig ist. Und aus Sicht unserer Experten ist natürlich auch das Aussperren von Personen wegen ihres Tests oder wegen ihres Impfstatus eine solche unzulässige Diskriminierung. Und es ist davon auszugehen, dass Gerichte zu einem solchen Ergebnis kommen werden und es wird entsprechende Klagen geben. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass die Gewerbeberechtigten dann hier unter die Räder kommen. Einfach deshalb, weil sie es ja sind, die dann in der operativen Umsetzung, so hat sich die Regierung das ja offenbar vorgestellt, diejenigen sind, die dann diese diskriminierenden Maßnahmen vor Ort auch setzen müssen und die Leute wieder aus dem Lokal hinausweisen müssen oder eben sonst aus irgendeinem Geschäft. Stellen Sie sich einmal vor, irgendjemand hätte das bei einer anderen Infektionskrankheit so gemacht, es hätte einen Aufschrei gegeben oder stellen Sie sich einmal vor, irgendjemand hätte gesagt, dass ein HIV-Infizierter nur mit Mundschutz, Gummihandschuhen oder ähnlichen Dingen ein Geschäft betreten darf. Stellen Sie sich vor, was in diesem Land los gewesen wäre und zu Recht hätte es einen riesigen Aufschrei gegeben.